An zu wenig Arbeit leidet die Staatsanwaltschaft Frankfurt-Oder nicht. Mit dem neuen Cannabis-Gesetz aber kamen jetzt nochmal 659 Fälle hinzu. Es sind jene Verurteilungen, in denen bisher illegaler Cannabis-Besitz eine Rolle spielte. Eine aufwendige Arbeit, jeder einzelne Fall muss überprüft werden. Es ist kompliziert, weil dahingehend ja noch keine Rechtsprechung existiert. Die Staatsanwaltschaft muss sich Gedanken machen, wie ist es neu zu beurteilen, wie ist der Schuldgehalt neu zu beurteilen. 100 Fälle konnten bereits überprüft werden. Dabei zeigt es sich, dass man nicht einfach den heute legalen Cannabis-Besitz von der Strafe abziehen kann. Die Tat an sich muss gegebenenfalls neu bewertet werden. Besonders kompliziert sind sogenannte Mischfälle. Fälle, in denen Täter nicht nur wegen Vergehen nach dem Betäubungsmittelgesetz verurteilt wurden, sondern eben auch wegen anderer Strafen. Und das Gericht in diesen Fällen sogenannte Gesamtstrafen, Gesamtgeldstrafen oder Freiheitsstrafen austenoriert hat. Und die müssen wir ebenso überprüfen und dort muss die Strafe neu gebildet werden. Und auch schon die Bestimmung der juristisch relevanten Cannabis-Menge kann nach Auskunft des Justizministeriums eine Wissenschaft werden. So sei es maßgeblich, an welchem spezifischen Ort der Verurteilte das Cannabis besessen hat und ob und inwieweit die Grammzahlen nach Trocknung erhoben wurden. Für den linken Fraktionschef Sebastian Walde aber wird hier ein Problem aufgebauscht. Es ist ja jetzt auch keine Raketenwissenschaft, sondern in Berlin funktioniert das ja. In Berlin funktioniert das deutlich schneller. Da wurden jetzt 3500 Fälle geprüft, da sind Entscheidungen getroffen worden. Wichtig ist jetzt einfach, dass Recht gesprochen wird. Auch habe Brandenburg in der Vergangenheit Cannabis-Besitz viel zu hart geahndet. Das räche sich jetzt. Da hat man versucht, jeden, der irgendwie ein kleines Gramm Gras mit hatte, zu verurteilen und zu belangen. Und jetzt sehen wir eben die Mehrbelastung. Das Justizministerium hält nach wie vor die weitgehende Cannabis-Legalisierung für einen Fehler. Der Konsum würde steigen, fürchten sie. Es wird deshalb das Gegenteil von dem eintreten, was das Gesetz nach seiner Begründung bezweckt. Kriminelle Strukturen werden gestärkt und nicht geschwächt. Darüber hinaus löst das Gesetz einen massiven Vollzugs- und Kontrollaufwand aus. Man ahnt es schon, die Linken sagen das Gegenteil voraus. Natürlich wird das langfristig, dieses Gesetz, zu einer Entlastung der Justiz und auch der Polizei beispielsweise führen. Erstmal aber haben die Staatsanwaltschaften alle Hände voll zu tun mit dem Kraut. Wenn er regnet so, geht's. Vielen Dank.